Mein Adventskalender! Mein Adventskalender! Oh Gott! Hihi! Louis! Oh, der ist ja voll cool! Aber meiner ist ja dann im Vergleich zu dem nix! Oh! Mein Adventskalender ist da! Ich freue mich so! Und jetzt fehlt nur noch der von Mr. Perfect! Der kommt dann da hin! Machen wir unsere Adventskalender auf! Ich weiß nämlich auch schon, dass gerade Türchen Nummer 1 ist! Louis! Kommst du mal! Türchen Nummer 1! Wo ist Türchen Nummer 1? Hier! Luki! Wo ist Türchen Nummer 1? Da! So! Guck mal! Uh! Wo ist das? Guck mal! Der hat voll Hunger, der Arme! Der frisst mir ja gleich die Hand! Das! Bleib! Jetzt! Platz! Tod! Tod! High five! Ja, frei! Oh! 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 Schlitzschu! Wie ist das? Mmh! Schlitzschu! Oh! Oh! Gott, hier sieht es aus! So! Ich mache jetzt mein Make-up! Und ich hoffe, der Akku hält noch! Wenn ihr plötzlich weg seid, dann ist der Akku leer! So! Ich bin jetzt im Büro angekommen und ich muss jetzt folgendes tun und zwar sofort! Ich muss jetzt unsere Bommel und unsere Mützen zu Schneiderinnen bringen, zu einer Nähfirma, die die nämlich jetzt dran nähen! Oh! Puh! Puh! Das ist warm! Puh! 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 Ein! Aufwachen! Leicht! Aufwachen mit Augen! Gucken! Oh, Baby! Was ist das? Weltskalender! Das ist ja voll geil! Hä? Das ist zum selber bauen? Ja! Mega voll geil! Und da sehe ich ja schon alle Türen! Oder wie ist das? Ja, du weißt ja was drin am 24. kannst du abheben! Hä, wir bauen jetzt das jetzt auch? Hier! Da! Karte! Ah! Das sind die Türen! Oh, wie cool! Da sind die Türen! Das sind die Türen! Hä? Hehe! Geil! Komm! Ah! Cool! Wir gehen jetzt mal auf den Weihnachtsmarkt und essen was, bevor wir nochmal ins Büro zurückgehen, gell? Und dann noch ein bisschen das Arbeiten! Oh! 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 Ich habe jetzt die Mützen soweit fertig und jetzt gehe ich zur Post und schicke sie nach Leipzig in unser Fulfillment Center, dort wo sie nämlich für euch dann verpackt werden. Und was ich jetzt machen werde, ist eine kleine Notiz für euch zu schreiben. Die bekommt ihr dann bei der Bestellung von den Mützen und das dauert. Das dauert. Und meine Hand tut jetzt schon weh. Ooh, love that.